Die 6. Flotte räumt auf. Zeit einzuschreiten. Lange Geschichte dieses Gebäude. Das meiste ziemlich hässlich. Erst ein Schloss mit richtigem Kerker sollte jeder Belagerung standhalten. Es überstand jeden brutalen Winter. Die Besetzer hatten nicht so viel Glück. Das Kloster hat die Zeiten nicht überlebt. Im letzten Jahrhundert waren hier alle, die die Regierung nicht wollte, aber auch nicht ausschalten konnte. Unzählige lebende Opfer des letzten Krieges, von dem ich echt dachte, wir hätten ihn gewonnen. Aber es ist wohl wie beim Pferderennen. Wer auf das falsche Pferd setzt, hat Pech gehabt. 627 ist das Ziel, das Makarov will. Lassen wir ihn frei. 30 Sekunden. Ja, und damit ganz herzlich willkommen zu Let's Play Call of Duty Modern Warfare 2. Dies ist Part 5. Ich bin Dark Resistance und wir sind hier auf dem Weg zu einer Festung, wo wir jemanden rausholen sollen anscheinend. Wir zocken jetzt neuerdings mit 16 zu 9 Monitor und 144 Hertz und meiner neuen GTX 780. Ich denke mal, das wird man auch in den flüssigen Bewegungen und Merken des Spiels. Ja, mein altes Spiel, das wird wahrscheinlich, die Grafigkeit wird sich langweilen, aber nichtsdestotrotz, die Aufnahme, das kostet man genug Ressourcen. Ihr wisst ja Bescheid. Also Jungs, ich wünsche euch viel Spaß und mal schauen, was das Spiel so bietet jetzt in der heutigen Mission. Ja, überall Feinde. Vielleicht diesen Scheiß da hochjagen, kleine Kanate. Oh, mal ein bisschen Lash. Ja, genau so, Alter. Ach, komm, steh auf. Noch mehr Waffen. Oh, nur die eine, okay. Bam, Alter. Genau so geht das. Alter Schwede. Shepard? Ja, ganz schön gescheppert, Alter. Hm, haben sie alle verpisst. Alles klar. Da läuft noch was. Irgendwo. Ja. Hatte was gesehen noch? Na ja, schauen wir mal. Ja, der Waffe geht's doch was eher ab hier. Alles klar. Go, 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 Jungs. Boah, Alter, krass. Da fängt ja schon wieder gut an hier. Ja, werden wir nachher. Ah, ah, steh auf. Genau so, Mann. Granatwerfer. Okay, Heli kümmert sich drum. Weiter vor, Jungs. Ja. Da, komm, rüber, da. Achtung, Feine voraus. Zwölf Uhr. Da steht hinter der Wand, Alter. Komm her. Okay, das ist down. Wir müssen hier rein, wahrscheinlich gleich. Ne, wir müssen mal davor, okay. Alles klar. Los, Jungs, geht vor. Soap, bin hinter dir. Alles klar. Los, 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 los. Boah, Alter, Schweder. Er hat gesessen, der Schuss. Alles klar. Runter, Jungs. Go, 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 go. Wir gehen rein, schnappen den Gefangenen 627 und verschwinden. Er können überprüfen. Los. Das ist klar, dann nach. Go, go, go. Was schießt ihr? Ach, da. Leid noch. Okay, ich stelle mir vor. Achtung, Fall voraus. Okay, down. Achtung, ran. Oh, ah, äh, falsche Richtung, Jungs. Alter, oh, guck mal, die AK hier. Sniper, wenn ich sie so nicht nutzen. Was ist doch schöner. Zellen, okay, alles klar. Kojak, gehst du runter. Wer ist noch mit uns? Twister und Kojak. Wow, Alter, guck mal, klappt dein Leben, Alter, krass. Alter, krass. Ich muss mal ein bisschen zurückziehen, gerade. Also, ich bin halt am Sterben hier. Okay, hier ist nichts. Das ist alles klar. Alter, wir haben einen Aim wieder, Jungs. Ich bin auch daran liegen, dass ich einfach längere Zeit gespielt habe. Wenn man die ganze Zeit Battlefield spielt, dann denkt man sich auch irgendwann, äh, das sind komplett, komplett verschiedene Dinger. Spiele. So. Mach mal auf da, Alter. Genau, lass mich durch. Darkly regelt. Spiele 90 auch, Raumweil ist nicht. Zählt überhaupt nichts. Ich weiß gar nicht, was er da schießt. Na, da kägst du noch was rum. Ich glaube, wir haben es. Alles klar, Waffenkammer. Go, go, go. Alles klar, los. Waffenkammer. Man scheint es, Waffen zu geben. Also, haben Waffenkammer und so an sich. Oh yeah, man. Okay, Jungs, was nehmen wir? Was haben wir hier? AK, AK, FAMAS, FAMAS. Sag uns mal was. Was nehmen wir hier? Hier ist hier. Pumpgun. Da kann man die entscheiden, Alter. Ich glaube, wir sollten es beeilen. Oh, ja, das war die falsche Taste. Voll der NLF drücken. Ach, du scheiße. Moment, ich gucke mal kurz gucken, was es noch Waffen gibt. Oh, ein Einsatzschild. Auch eine schöne Sache, aber Ich muss einen anderen sehen. Wenn wir nicht entscheiden, ne? Ganz ehrlich. FAMAS. Schnauchel lustig, wenn wir mit dem Thema spielen. Double Pistol. Na komm, wir zocken damit jetzt. Alter, lasern hierüber und runter verloren. Wo kam das? Unser Laser, wie sehr gesehen. Ach, lass. Ja, die Waffels schwul, der nur Burstfire. Oh, die. Naja, scheiße, das Einsatzschild. Das können die hier machen, Jungs. Das ist was für Pussy, ganz ehrlich. Okay, Einsatzschild. Okay, überzeugt. Brauchen Einsatzschild. Gib mir Einsatzschild. Scheiße, gefährdas Teil. Alter Schwede, Mann. Alter Schwede, krass. Okay. Wow, Alter, ich schüsse mal von allen Seiten. Sollte mal auch mal zurückschießen, Jungs. Sonst, äh... Alter Schwede, Mann. Komm, Alter, ich bin auf jeden Fall, wenn wir meine Waffe wieder haben. Ich weiß keine Waffe, die wir nicht haben. Komm mal rein, Alter. Boah, krass, krass. Überhaupt nicht geil, wenn man ohne Munition in ein Feindgebiet rennt. Alter Schwede. Ganz blöde Idee. Komm her, komm, 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 komm. Also, keine Voraussetzung. Es gibt noch einer, komm her, du misst, Kerl. Auch nicht dieser Waffe von dem genommen, wollte ich gar nicht. Alle ledig, jung. Oh, niemand, seine Tage. Okay. Nimm mal auf, da noch ein bisschen da lang, okay. Alles klar. Oh, da wollen wir mit Nachtsichtmodus hier reinrennen. Mal gucken, was hier abgeht. Alter Schwede. Wollte auch nicht umfallen. Sollen wir jetzt mal tot oder was? In Zellen nach. So, was soll ich da drin finden? Alter, Feinde sind da drin. Die ist auch leer. Alter Schwede. Die Navy ist gerade nicht zum Sprechen aufgelegt. Bereithalten. Oh, es kommt mit Cove. Der Coma, sorry. Dein Name falsch ausgesprochen. Sparrow. Okay. Jack Sparrow ist mit uns, Jungs. Mir ist Bescheid. Kann nichts mehr schief gehen, ne? Kommt was? Ich höre was. Alter, wie der instant hier rüber guckt, Alter. Als wüsste er, dass wir da kommen, ey. Komm, das regelt die dicke Wumme. Waben, Alter. So geht das. Noch einen für sich selber. Aber wir weg deinen Hintern. Schöne Waffen, aber... Alter. Habt ihr das Känguru gesehen? Das Känguru holen wir uns, Alter. Alter, schießt nicht von hinten auf mich. What the fuck? Mein Teammate hat mich gerade erschossen. Kann das sein? Jetzt mal ernsthaft. Das sind nur Kollegen hinter mir gewesen. Was ist das denn Teufel? Das ist mal ernsthaft. Da kam man hinter uns. Das sind alles so unsere Leute gewesen. Ich habe Hintenbagger von hinten gehabt. Was ich gar nicht geil finde. Bleib liegen, Alter. Willst du noch mal Knifen, Alter? Ich vergesse jetzt mal, wie die scheiß Nahkampftaste ist. Was? Zumindest von hinten. Da ist aber nichts hinter mir. Was ist denn das? Das ist mal ernsthaft. Habt ihr das gesehen? Die Rohre, die sind schießen auf mich. Oder vielleicht breite Kugel von hinten. Aber ich habe keine Ahnung. Aber ich habe auch immer Hintenbagger von hinten bekommen. Das war sehr merkwürdig. Alter Schwede. Ach so, die Dinger brennen auf. Da haben wir es auch verursacht. Der alte Duschstraum liegt etwa 10 Meter vor Ihnen, auf der linken Seite. Der alte Duschstraum. Na komm, aber wir hoffen, dass keiner eine Seife wirft, ne? Ich weiß immer noch nicht genau, wer dieser ominöse Gefangene ist, den wir hier retten sollen. Das werden wir wahrscheinlich rausfinden. Oh, der steht halt vor mir. Ich habe gar nicht gesehen. Okay. Ah, gut. Er ist ja dran. Ey. Alter, Granate. Vorsichtig, Jungs. Geile Nacht. Go, go, go. Er ist ja Stock, Jungs. Oh, scheiße. Das ist ja ein Vergleich mit Cod und Battlefield. Wenn man Battle für die Granate trifft, kann man nicht auf 500 Meter da so hinziehen, wo man hinwerfen will, die fehlt genau dahin. Und das gleiche bei Cod, man fliegt die Granate irgendwie sonst wohin. Okay, ich glaube, die sollen wir gar nicht fehlen. Sorry, Kollege. Boah, Alter, ich hasse diese Schilder. Aber guck mal, was er da mit, was er dagegen sagt. Und tschüssi an die Lappen. Alter, der geht mir auf den Keks. Komm mal her, hier, Alter. Ich glaube, es ist... Alter, jetzt mal ernsthaft. Sollen wir ihre scheiß Schildkrötenpanzerung wegpacken, Alter. Ich meine, das ist total noobie, ey. Jetzt direkt durchrennen, die ganzen Schildlappen, da können wir jetzt kommen die schon wieder an. Ja, das klappt doch besser. Oh, kommt wieder so viele Props. Aber ich hatte ja noch das Ding im Petto, hä? What the fuck? Jetzt mal ernsthaft, Alter. What the fuck, Mann? Ja, das hat gut weh, wa? Alter. Ich will mich auch verarschen, der Kerl. Danke, Mann. Der Kollege hat's gemacht. Und noch Munition? Äh. Brauchen wir schon noch. Das sind nämlich noch ein paar Idioten. Alter, krass. What the heck? Alter, was zum Geier? Ich bin da schon wieder tot. Alter, das gibt's doch gar nicht. Was ist denn das für... Ah. Alter, das gibt's doch echt nicht. Jetzt mal ernsthaft, Jungs. Wir hatten ja gesinnt, mir geht doch die ganzen Typen da oben auf den Kick. Sind die einfach mal aufhören zu nerven? Ich will das einfach mal fressen. Mein Gott, ey. Ich schieße mal auf meine Kollegen. Alter, das tut weh. Hör auf damit. Alter, verreckt doch. Ah. Und der verreckt doch einfach nicht. Das ist dem einfach egal. Alter, kannst du mal aufhören, mir auf den Keks zu gehen, du Idiot? Alter, sind gleich wieder tot. Ich weiß nicht, was da auf mich schießt, ganz ehrlich. Keine Ahnung. Der Typ da oben. Genial. Absolut geil. Und das vierte Mal. Geil, was mir so einen Spaß macht. Jetzt gehe ich mir wirklich von Reihe zu Reihe vor, ey. Ich kenn erst mal den ganzen Typen da oben. Und dann geht's weiter. Vorher gehe ich hier nicht weiter. Da hab ich jetzt keinen Bock mehr. Jetzt sind alle tot da oben. Oh ja, geh mir nicht auf den Sack. Friss das, fang das hier. Da kann der Muni mehr. Was zum Teufel? Da hab ich jetzt auch mal keine Muni mehr. Mal verrecken, dankeschön. Alter, ja natürlich. Das ist eine Granate. Ja, na klar. Jetzt tot. Ja? Was läst du hier rum? Wenn alle, man. Mach ihn alle. Was ist dein Gegner, Alter? What the fuck? Er tut dir so, als wäre er irgendwie... Hallo. Alter. Da sitzt du mich verfallt. Ich nehm mich da raus und chillt, ey. Ernsthaft. Ja, alles gut. Anati ist irgendwo da. Da ist ich auch. So, jetzt wird das die Fresse. Da hängt schon wieder welche oben, Alter. Hä? Aber ist das nicht gerecht? Du musst das Schild schon oben halten, Junge. Genau so, Mann. Wenn man so langsam taktisch vorgeht, dann geht das besser, ey, ne? Ja, wir müssen mal vorgehen hier, wenn ich den rumgekillt hab. Alter. Ach, sicherlich, Alter. Blöde, der Junge. Blöde Idee, ganz blöde Idee. Komm, wir gehen jetzt vor, Jungs, los, go. Ist das euer... Ich sag dazu jetzt nichts mehr. Ich sag da nichts mehr zu. Ich hab 100 HP-Rennen in so ein Ding rein und ich krieg's von auf und sagt, Alter. Ich hab echt keine Lust mehr. Ich hab echt keine Lust mehr. Ich hab echt keine Lust mehr. Ich hab die ganzen Granaten dahin. Das ist echt zu blöd. Weil ich hab keine mehr, genial. Alter. 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 Lass mich in die Ruhe. Alter, krass. Wow. Was ist das scheiße, Mann? Krass. Nee, Jungs, ernsthaft. Ich weiß nicht. Langsam spielen geht in die Hose, reinrennen geht in die Hose. Ich bin wieder so eine stundenlange vorher gesegnet. Komm, wir hängen wieder eine halbe Stunde in den Duschen, aber naja. Geil. Immerhin hab ich jetzt mal gekillt. Jedes Mal frage ich meinen Kollegen an und die von hinten. Oh, Junge. Geh mir nicht auf den Sack. Jedes Mal das Magazin leer. Ich schieße drei Schüsse und das ist doch immer wieder leer. Geh mir nicht auf den Keks, Junge. Ich seh das doch selber. Ja, weil die einfach nicht sterben wollen. Weil die einfach auf den Sack gehen. Ich hab keine Granaten mehr. Ja, natürlich. Das ist so... Ich fühl mich schon wie so eine Granny, Alter. Ich nur am rummotzen bin. Aber das ist doch wahr. Jetzt mal ernsthaft, Junge. Ja, mein, wann ich werfen 500 Milliarden Granaten. Sorry, Bruder. Du riecht in die falsche Richtung. Na, tut weh. Klar, er kriegt eine Rakete in die Fresse und stirbt nicht. Okay, er geht mir auch auf den Keks da oben, ne. Tschüss. Was schießt der da jetzt? Was macht der Typ da oben, Mann? Gleich. Ich muss erst mal auf die trombischen Kollegen da oben kommen, Mann. So, wenn ich nicht wieder von oben gefrackt werde. Was ist das jetzt? Was? Geht vor, Jungs. Sauber, Spiel gespeichert. Das liebe ich doch, dieses Geräusch. Dieses... Nein, 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 nein. Keine Granaten mehr. Ja, dann muss das... Das muss halt nicht verbrunnen laufen. Komm her, komm her. So, jetzt läuft's auch. Jetzt geht's auch vor hier. Sauber. Genau so, Jungs. Mein Gott. Manchmal gibt's echt so Stellen. Da denkt man sich auch nur, wehrt die erfunden oder... Wieso bin ich so schlecht und schaffst sie nicht? Ich habe eigentlich nichts anderes gemacht jetzt, außer vielleicht noch ein bisschen defensiver zu spielen. Aber wenn wir uns jetzt an jeder Ecke fünf Stunden hin campen, dann wird das Spiel hier in 30 Parts durchspielen. Das will ich eigentlich nicht. Hat er gebraucht. Er hofft, dass ich nicht mehr als 10 brauche. Na komm. 6, 2, 7, wenn man das ist. Oh, ist jetzt mal auf die Fresse. Warte, fuck, Alter. Guck mal, guck dir an, wie er mitdenkt, Alter. Brauchen wir gar nicht killen, Alter. Alter, der hat mich getroffen. Alter, chill dein Leben, Mann. Ist das Price? Hey, das ist Price. Captain Price. Krasse Sache, Mann. Captain Price. Ich habe gerne daran verloren. Komm, Jungs, go. Ich bin hier echt weg. Alter, Schwede. Bravo, 6, wir haben die Wunderbüroberin begonnen. Nichts die Dekta, so fast. Los, Jungs, Jungs, schön jetzt alles Ei. Wir müssen uns an den Hintern hier rausbewegen, Alter. Los, los, renn schneller. Schrauber warst du doch von uns. Los, Jungs. Schneller, schneller. Los, wir müssen springen. Los, hopp, renn doch mal schneller, Alter. Du rennst aber mit dir in eine Oma, ey. Los, jetzt gib Gas. Alter, Schwede. Siehst du, es kommt davon. Wohin denn jetzt? Wieder zurück. Das ist unser Untergang, Alter. Na, wo der Zekta war hier oder was? Wo ich hier lang hier lang? Ja, genau, komm mit. Los, nach euch. Geht vor, geht vor, geht vor, Jungs. Ich weiß nicht, wo lang. Scheint da oben hoch, irgendwie. Er hat scheitert hochzugehen, Alter. Aber, fuck, das liebte Bombe, Alter. What the fuck? Gar nicht geil. Wir müssen irgendwie raus. Wir sollen hier raus. Hubschrauber oder so. Alter, Schwede. Alter, ich schütze alles ein. Was zum Teufel? Okay. Ich bin tot. Ah, ist klar. Okay, mir geht's sehr gut. Ah, Leuchlhack gehen. Da kann der schießen mit seinem Granatwerfer. Schön. Ja, sauber. Genau so. Jetzt weg hier. Los, komm. Wir müssen hier weg. Einhacken. Alles klar. Klingt. Sauber. Und go, go, go. Iron Man. Sehr geil, Alter. Krasse Sache, Alter. Wuhu. Also, es gibt schon so ein paar geile Sequenzen, die machen echt Laune. Also, bis auf so eine Stelle, an der man erst mal 20 Mal verreckt, die ist halt nicht so geil. Aber, naja. Für mich schon haben wir geschafft, würde ich mal so behaupten. Emergency Broadcast. Das Broadcast System. Das Broadcast System. Ja, ist ja gut. Ich hab's ja begriffen. Ey, aber sie werden jetzt gelandet. Captain Kiedeng. Scheint irgend so eine Kommandozentrale zu sein hier. Guck, die Ferries. Alles klar. Dann werden wir losgehen. Keine Ahnung, wo wir sind, aber... Los, Kollege. Wir rücken vor. Ach, Corporal Dunn. Der gehört zu uns. Alter, wo sind wir denn hier gelandet? Okay, krass. Alter, schau jetzt das weiße Haus oder so, Jungs. Oha. Scheint ziemlich Action zu sein. Ja, wollen wir vor auch trennen hier, ne? Wahrscheinlich hab ich grad die Videosequenz übersprungen, weil ich hab geklickt irgendwie. Das durfte ich wahrscheinlich nicht machen. Ich geh mal davon aus, dass wir hier irgendwie, dass wir das jetzt gerade den Präsidenten rausholen sollen oder so. Natürlich schöner gewesen, wenn ich jetzt die, das Intro noch sehen konnte. Aber dieses Broadcast System Ding hat sich irgendwie aufgehangen oder meine erst mal mit 20 Sekunden zu nerven. Naja. Egal, wir schaffen das hier schon. Auch ohne zu wissen, was wir machen sollen. Mach einen Schuss, ich muss nachladen, was der Heck. Ach, nur noch was, ich geh mal her, das Teil. Ein Schuss oder das Ding, das ist ja bescheuert. Ach. Okay, wir sollen irgendwie folgen. Wachen wir das mal. Bin dabei. Alter Schwede, hier geht's ja ab, ey. Du warst fein, ne? Weiß gar nicht, wer hier alles freund ist, weil hier leuchtet irgendwie alles auf. Da ist der Scheiße, Mann. Trotz Deckung gehen, Jungs. Alter, ich werde immer noch getroffen. Und nicht vorwärts, ich muss einfach aufheilen hier. Alter, alter Schwede, Mann. Ich komm doch sofort, Jungs. Ich muss mir erst mal hier gerade mein Arsch frei schießen, Alter, weil ich einfach sofort tot bin. Und da habt ihr auch nichts von. Ich bin auch nicht sterbender Typ. Alles klar, ich komme. Alter. Alter. Dann guckt, wie sie eben aufzuheilen gequetscht werden. Macht Spaß dazu zu gucken. Ja, ja, ich bin da. Wow, alter, Jungs. Vorsicht. Schon eine Menge aus, die Typ muss ich ehrlich mal sagen. Ich weiß nicht, also ich würde, ich würde nach so ein paar Schussen Bauch, glaube ich, nicht mehr stehen. Den schießt man echt so ein Heilsmagazin. Den Fuß und die rennen immer noch weiter. Wow, alter. Okay, ich rücke vor. Alter. Denk mal meinen Rücken. Ja, dann deck mal meinen Rücken, alter Junge, ernsthaft. Ich gucke mal schon wieder. Schieß mal von hinten auf mich. Ich will mal auf damit. Was, ey? Heult hier rum, ey? Dass ich auf die schieße, aber dann soll er mir keinen Hitmarker von hinten anzeigen. Alter, die haben teilweise einen Aim, ey. Haben mich nicht eben gekillt, wo ich unten war? Ich bin ein neuer, ey. Oh! Let's go! St. Louis! St. Louis! St. Louis!